Ich habe mich nicht vorbereitet, aber das ist halt so. Danke liebe Hermit, danke Susanne, danke dem wunderbaren Theater im Restaurant für diese Einladung. Die Idee kam ja von euch. Das sind dann immer die Ideen, die wirklich funktionieren, wenn die von außen kommen. Und du hast alles schon gesagt, es ist das erste Mal, dass die Ewina in zwei Jahren einen Raum vollgefüllten Freunden erlebt. Und ich habe bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass sie wirklich den Schritt vor die Tür setzt. Aber wie sie es getan hat, waren wir alle sehr glücklich. Aber jetzt Themawechsel. Es ist nämlich so, dieser Eröffnungstag ihrer ersten Personale hat die liebe Ernie Mann wohl Geburtstag. Na ja, das ist ja eher blöd, weil wir werden ja alle einmal geboren und einmal haben wir alle Geburtstag. Also gut, ich finde es schön, dass sie mich feiern. Aber man weiß ja nicht mehr, wie lange ich noch leben werde. Man weiß es wirklich nicht, weil ich bin ja jetzt schon eine Greisin, bin ich 88. Dankeschön. Danke. Und ich finde das wunderbar und vielen Dank für den Applaus. Aber eigentlich ist heute nicht meine Sache, sondern die Sache von Ewe und nicht von mir. Das ist die Geburtstagsparty für die Ernie. 2, 4, 5 mal die Ewe. Das finde ich wunderschön. Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Du bist wirklich eine ganz großartige Frau. Danke. Bleiben wir noch, heben wir noch einen, gell? Danke. Ja. Ja, so geht es nicht. Man muss auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Ich hoffe, es kauft ein paar Bilder. Weil die Bilder sind, wenn Sie sie kaufen, für die Therapie von Ewe und das finde ich sehr wichtig. Denn alles kann ja auch nicht bezahlen, weil so leicht ist das nicht. Und dann finde ich das schön, wenn Sie da ein paar Bilder kaufen würden. Es kostet eine Sache 88 und die Originale kosten 350 mit Rahmen. Also bitte machen Sie irgendwas draus. Danke. Wow.